Hey, schön, dass du dabei bist heute bei der Body Percussion bzw. bei der Tisch Percussion. Wir brauchen trotzdem so ein paar Instrumente von unserem Körper, aber auch einen Tisch, mit dem wir das machen können. Und wir starten ganz, ganz leicht. Und zwar zählen wir immer bis 4 und machen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist simpel. Jetzt kommt das Klatschen mit dazu. Und zwar auf 2 und auf 4. Heißt also, wir machen das hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist auch noch simpel. Diese Sache mal ein bisschen schneller, dann sieht das so aus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das Ganze mal ohne zu zählen. 1, 2, 3, 4. Okay. Damit das Ganze jetzt noch interessanter wird, bauen wir Achtelnoten mit ein. Heißt also so einen kleinen Achtelrhythmus. Und das sieht dann so aus. Wir machen Tisch, Kläpp, Tisch, Ellenbogen, Kläpp. Okay. Nochmal in langsam. Zuerst kommt der Tisch, Kläpp, Tisch, Ellenbogen, Kläpp. 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 Ein bisschen schneller, sodass wir bei Tisch, Klepp, Tisch, Ellenbogen, Klepp. 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 Das Ganze ohne, dass ich es spreche, also mitspreche. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das Ganze noch einen Tick schneller, denn bei solchen Übungen ist es langsam eigentlich eher uninteressant. Das ist nur, damit man so ein bisschen reinkommt, damit man den Grundrhythmus versteht. Je schneller man das Ganze aber macht, umso interessanter wird das Ganze. Heißt also, wir sind jetzt, wir nehmen mal dieses Tempo. Ungefähr eins, zwei, drei, vier. Okay, noch schneller das Ganze, sodass wir bei eins, zwei, drei, vier. Okay, noch einen Tick schneller, denn die Schnelligkeit ist einfach genial und cool. Versuch mitzukommen. Ansonsten einfach üben, 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 üben. Das ist eine schöne Beschäftigung für zwischendurch, um so ein bisschen Rhythmus bei den Kids oder vielleicht bei den Erwachsenen sogar selber zu machen. Also, wir landen jetzt bei diesem Tempo. Eins, zwei, drei, vier. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Tisch per Kaschen und freue mich, wenn du unseren Kanal abonnierst und wir sehen uns dann wieder. Ciao, bleib gesund. Fahrt. Und... Zwei, drei, vier. ... ...